Okay, sorry Leute, da bin ich jetzt wieder mit Overwatch, äh, ich würde nur kurz was schreiben, äh, oder was machen, und jetzt bin ich wieder da, äh, wir müssen jetzt noch zwei SEGM Asylum machen, damit wir noch eine Loopbox bekommen, das heißt, wir machen jetzt mal eine Überraschungshelden, und dann vielleicht Überraschungs-Deathmatch mal schauen. Oder, äh, keine Ahnung. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Seid gegrüßt. Hallo. Salut. Oh, jetzt sind die beide weg. Geil. Hallo. Schaut mit den Augen des Drachen. Willkommen in meinem Dojo. Hi. Nett. Nettere Gitter, okay. Unterwegs nach Nepal. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Runde eins. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Mein Teleporter ist online und zugeniert zum Freigegeben. Was? Die Barriere bricht zusammen. Hier einige Korrekturen. Was? Die Barriere wird eingefahren. Ist da noch was? Oh Gott. Jetzt gehen die Wand. Die Barriere? Die Barriere existiert nicht mehr. Was? Was ist das für ein? Deine Hand ist überall. Aktiviere die Barriere. Schade. Schade. Ah, bedankt. Na. Das ist mein Wille. Wo kam der Schuss? Also? Die Barriere. Hast du in blicken? Die Barriere. ēn Ries Agency brought the System79! Ich sagte vielmals. Die Barriere ist in der Barriere experimentell geschlagen. Die Daten sind eindeutig. Scharfschütze voraus. Barriere bereit. Die Barriere scheint zu rösschen. Die Barriere scheint zu rösschen. Ah, was ist denn ein Dreck, ey? I need no skill. Punkt der Stand. 1 zu 0. Perfekt zum Abschluss. Eine Runde. Sowas spielen wir mit. Oh, Moira. Oh, Moira. 2 zu 2. Nehmen Sie der Zielpunkt ein. Schööö. Formieren. Komm zu mir. Verstanden. Anträgen. 1 zu 0. Minimum. I see you. 2 zu 0. Das geht rund ums. 1 zu 0. 1 zu 0. Oh, shoot. Ich habe einen Zwischenblick gesehen, dass da ein Bustion ist. Dreck. Ihre Sicherheit ist mein oberstes Gebot. Hallo. Oh, Bustion. Anna, Ani, Ahoi, Landratte. Fertig, wieder schwimmen. Grüße. Ich empfiehle dich, um hinter meiner Barriere zu bleiben. Grüße. Ich helfe die Friede aus. Meine Barriere dient ihrem Schwer. Ja. Ja. Wir müssen irgendwie vorwärts kommen, ja. Bitte gehen Sie hinter der Barriere entdeckung. Die Macht der Zerstörung. Au. Meine Barriere dient ihrem Schutz. Du schlattest mir einige Korrekturen. Abkommen auf den Wegband. Stimmig. Schüttchen. Schüttchen. справa. Gibt es nicht, dass wir hier. Die diese sind nicht mehr. Da wird auch ein Verwärts verschwinden. Gefühlt sich. Eine Flachkarte wäreưới. Oh ja. Schüttchen. Ja. Diese sind nicht mehr. Oh ja. Ich bin nicht mehr. Ich muss nirgends wieder reingehen, ey. Ich bin zur Unterstützung. Vorsicht, Leute. Jetzt ganz lustig. Shit. Ich bin programmiert, wir weit zu verweilen. Punkt der Stand. Eins zu eins. Ach Gott. Ein wahrer Fortschritt ist nur durch Konflikte. Eine ruhige Klinge ist das Ergebnis eines Geistes. Hier ist die Großmutter aller Albträume. Ist das euer Ernst? Wir haben einen mürrischen Zwerg im Halloween-Kostüm auf unserer Seite. Wie sollen wir da noch verlieren? Vorsicht, Kuhmädchen. Eine ruhige Klinge ist das Ergebnis eines Geistes. 5, 4, 3, 2, 1. Klopf, klopf. Drei, nehmen Sie die Zielgruppe ein. Teleport der anderen. Ich habe den Pfad geöffnet. Ich habe den freien Lokalisten. Ich bin so großartig. Okay. Maximale Energie! Was hat mich da gerade gehandelt? Wow. Okay. Was? Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Genji, man. Meine ganze Arbeit, alles umsonst! Nee, den Punkt behalten wir jetzt. Jetzt wird's heiß! Hanzo, stets zu dienst. Oh wow, das sind zwei Eranhalts. Kann mir mal jemand zur Hand gehen? Wie wär's mit ein bisschen Unterstützung? Ah, na? Kann mir mal jemand zur Hand gehen? Ich hab große Fähne mit dir. Heilung aktiv. Möchtest zu dienst. Ich hab' durch's Sä! Was ist denn hier? Ich hab' um fertig. Ich hab' mich jetzt. Ich hab' mir jetzt, ne? Ich hab' hier wieder in die burada. Ich hab' mehr verliebte Buss. Ich hab' mich jetzt, ne? Ich hab' die Buss-Buss. Ich hab' mich jetzt, ne? Beweilungskraft ist der Kern jeder Entdeckung. Bin unterwegs. Ja, wir schaffen das. Nice. Wir sind ein Sieg am Hans. Oh. Highlight des Spiels. Ähm. So. Okay, Block der Schaden. Gibt nicht viel. Freundschaftsanfolger erhalten wir es. Oh. Ja, nehmen wir an, mal. Ach, Gott, Gott, ey. Kurro. Jahrhunderte. Jahrhunderte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sorry. Wie sind sie jetzt hingelaufen? Uff, shit. Was? Ja, das war scheiße. Es lohnt sich für unsere Welt zu kämpfen. Oh, wie kommt alle hierher? Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Okay. Verstanden. Warum bewegt sich die Fracht nicht mehr? Was? Was ist ja Ickehaft, ey. Ouch. Ach, die Ash ist das. Die macht da Probleme. Ich fuhr zur Hölle. Oh Gott. Ich hab Goldschaden. What the fuck? Warum bewegt sich die Fracht nicht? Nichts. Nichts. Ich hab's geschützt, ja stimmt. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Das ist die Fracht. Ich hab's gewonnen. Oh Gott. 30 Sekunden. Die Elf nicht gewinnen lassen. Kommt schon, wir müssen abhören. Was? Ja, es ist schwieriger, außer jetzt noch etwas zu gewinnen. Vorwärts! Oh, nee. Aktiviere die Barriere! Die Barriere bricht zusammen! Keine Chance. Das war zu viel jetzt. Highlight des Spiels. Highlight des Spiels. Sieh, ich sind klatsch. Sieh! 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 Das sind die einzigen Prinzipien für ein Leben Großartig Das Universum ist ein Holo-Video Ich habe nur gefühlt, wenn es schimpft Ähm Grüße Grüße Fünf Vier Drei Zwei Eins Aktivieren die Variere Halten Sie die Fracht auf Grüße Die Variere existiert nicht mehr Ich habe den Schrank lokalisiert Junge, die zischt dann bei einen Schritt aber relativ schnell, ey Ja Ich flicke dich wieder Ja 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 Nein 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 Oh Wow Ach komm Die Barriere ist instabil. Die Barriere bricht zusammen. Aktiviere die Barriere. Die Barriere existiert nicht mehr. Das Universum ist total bezahlt. Die Jäger sind. Die Barriere steht vor dem Zusammenbruch. Die Barriere bricht zusammen. Die Barriere ist instabil. Kein Überrasion. Die Barriere ist instabil. Ne shit, die haben uns überrannt ey, verdammt nochmal Sechs Sekunden, Tiefahrtsschutzzeit, Gold, wow Ne, ich bin so verrückt Ich sollte vielleicht doch nicht, ne ok, das war doch irgendwie doof Ja jetzt zerstünde er uns aber auch richtig geil Man Okay Was? Was? Bei mir wird nicht gestorben Meine Kitte, ich mit meinem Aim Kann das, äh, kann das nichts werden Schade Highlight des Spiels Ich habe dich wieder zusammengefliegt Hab dich wieder zusammengefliegt So, machen wir mal Überraschungs, äh, Deathmatch Warum bist du das jetzt ständig geil Willkommen in Hollywood Jetzt sind sie alle zusammengefliegt Jetzt sind sie alle zusammengefliegt Hey Sie sind in Führung gegangen Konzentrieren Hey 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 Jetzt sind schon mehr Leute Ich denke Ich denke Ah ja Noch ist die Mission nicht vorbei Riecht aus Was? Der nächste Ich gebe nicht auf mich, denn Ok, da haben wir jetzt so endlich mal was Oder? Doch nichts Was ist jetzt? Match gefunden, ja, weiter Warum passiert jetzt nichts? Okay Wir haben da auch nichts gefunden Unterwegs nach Kanesaka Wo ist das in der Fick? Meine Show Meine Regeln Sie sind in Führung gegangen Sie sind dreistiger Jumper da rei angeläßt, okay Willkommen im Raleventor Ich weiß Sie ist in der Web Geil Höchstgeschwindigkeit erreicht Maffensysteme bereit Die Nullfahrt auf Ein Schluck steht über vor Also Heute ist ein guter Tag Um Chaos zu stiften Okay Heute sind wir alle Soldaten Das gibt's doch nicht, ey Der Gegner braucht 15 Kills für den Sieg Es lohnt sich für unsere Welt zu kämpfen Wow Jeder Tod Der Gegner braucht 10 Kills für den Sieg Kommt dieses Jahr früher Ja Hört niemals auf für eure Überzeugungen zu kämpfen Hallo Das war mein Kille, ey Verdammte Tracer, ey Der Tod ist unter euch Ist das dein Ernst? Ah, dieser Ghost Person ist einfach krass, ey Meine Sicherheit ist mein oberstes Gefahr Meine Barrieren riecht ihr im Schiff Jetzt gibt es eine Abkühlung Wo zur Hölle ist er? Hau! Der Gegner braucht 5 Kills für den Sieg Was man so alles findet Der Gegner braucht noch 3 Kills Der Gegner braucht noch 2 Kills Das gibt's doch nicht, ey Das gibt's doch nicht, ey Jeder Tod bedeutet Jeder Bedeutet Erlösung Dem Universum ist es egal ob es für die Siegden gibt oder nicht Das kann doch nicht sein, ey Was zur Hölle? Bei mir wird nicht gestaunt Oh Das war jetzt eine traurige Runde Auch wenn ich gewonnen habe, weil ich... Keine Ahnung Das war irgendwie schlecht Sonst wäre ich längst runter gewesen Nein, 6 Kills habe ich nur gemacht Ich will nur was fürchtig Aber War jetzt nicht ganz geil Unterwegs nach Petra Nein Schon wieder zu spät Geht sie direkt weiter? Okay Regenerativer Schub aktiviert Kein da Diagnose bleibt Wow Das gibt's nicht, ey Die Vorstellungskraft ist der Kern jeder Entdeckung Liebe Na Was Nicht Das stimmt Ich bin Nein Das könnte später nützlich sein. Was? 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 Hallo, das war mein Kind! Oh, das fand ich was, ey. Ey, da hat mir jemand in den Kegel gehört. Ich bin eine Ein-Mann-Apokalypse. Oh, das war's. Oh, das war's. Yo, was zur Hölle? Steuerungssystem aufkalibriert. Was? Was? Die Wissenschaft bringt die Wahrheit ans Licht. Das ist mein Ille. Helft mir. Was? Steuerungssysteme kalibriert. Festmediziner. Schilde online. Steck sie alle beide auf. Angriffs. Aktiviere Angriffs. Systeme wieder hergestellt. Der Gegner braucht 5 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht 4 Kills für den Sieg. Der Gegner braucht 4 Kills für den Sieg. Ja wurde ich jetzt schon wieder gehackt. Der Gegner braucht noch 3 Kills. Was zur Hölle. Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Als ob sie cheater doch. Teleporter online. Ich habe den Pfad geöffnet. Aus Licht werde verflägt. Abagandolas los ist. Der Gegner braucht noch 2 Kills. 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 Ja genau. Alles klar ey. Glaub mir alle Kills. Gemeinsam sind wir die Stadt. Das ist alles was du drauf hast. das ist immer das du drauf hast. Na ja keine Chance. Wir haben die Waffe. Noch einer Ich werde mich beweisen Was? Als Lucio? Ich bin der Highlight des Games Wie Lucio geworden? Was haben die mit dem Damage gemacht? Trotzdem bin ich letzter geworden Wow Na komm mal ein einziges Spiel machen wir noch Dann mach ich Ende Für heute Das ist schon wieder genug Wenn du nicht die Richtung endest Endest du womöglich dort Wo dein Fahrt dich führt Oh wow Oh Oh Okay So Ankunft in Eichenwalde Ich glaube den nächsten Tagen werde ich auch wieder mehr Overwatch spielen Mal schauen Man kann alles hacken Man kann alles hacken Und jede Das könnte später nützlich sein Ups Hast du mich vermisst? Hast du mich vermisst? Willkommen in Malevento. Was? Haben wir das jetzt eh nicht? Was war das jetzt gerade? Hä? Meliodas. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Audi. Was? WTF? Okay. Sieg weg. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ah, ich hatte Glück, dass ich einen kleinen Headshot gemacht habe. Okay, haben wir jetzt was gefunden? Schön. Ich habe bestimmt wieder Petra. Ich hätte jetzt keine Worte. Oh, eine andere mehr gehabt. Aber gut. Jetzt müssen wir noch einmal warten. Ich bin eine Einmann-Apokalyze. Ich habe Leute schon für wenige umgelegt. Ups. Schön. Ich werde mich beweisen. Ah, jetzt aber. 3, 2, 1, los. Hey, hey. Also... Ich bläu dir Vernunft ein. Hey! Ah! 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 Ich bläu dir Vernunft ein! Da Ach komm das war mein Kill ey Ich spiele um zu gewinnen Ich hab etwas Käse zu weinen Ich hab etwas Käse zu weinen Deine auf Faafi War Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden Ja ich hab Sie sind in Führung gegangen. Ah, gut. 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 Fluchroutine aktiviert. Das wird wichtig. Hallo zusammen. Die Wissenschaft bringt die Wahrheit ans Licht. Ich bin nicht die Gänse mit dem Schlafen. Los geht's. Lasst uns gemeinsam was reißen. 5, 4, 3, 2, 1, los. Platz da. Und Platz da. Schieb ab. Du musst mal sagen, du den. Stopp. Okay. Im Universum ist es egal, ob es für die Szene gibt oder nicht. Ach. Hier im Entakt ist es. Ihre Sicherheit ist mein oberstes Gebot. Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Der Gegner braucht 15 Kills für den Sieg. Warum stellst du dich gegen das Unausweichliche? Ich kann fliegen! Aus Licht wäre die Materie. Erkennen deine Grenzen. Ah. Selbstschussanlage eingerichtet. Der Tod ist unter euch. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Der Schütz fährt hoch! Der Schütze wird gegrillt! Der Schütze wird gegrillt! Der Schütze ist der Schütze. Der Schütze ist der Schütze. Zurück zum Absenden! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Ein Schmuckstück! Haar, schnell an. Die Ordnung überwindet das Chaos. Teleporter online. Ich habe den Pfad geöffnet. Die Schmuckstück. Die Schmuckstück. Die Schmuckstück. Hört niemals auf für eure Überziehungen zu kämpfen. Der Gegner braucht 5 Kills für den Sieg. Das wahre Sein. Die Schmuckstück sind schlägt. Heute sind wir alle Soldaten. Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigern. Du bist nur ein Gefangener deines eigenen Geistes. Das wird unsere Effizienz steigern. Weil dieses Mittel auch eingestellt werden kann. Hört niemals auf für eure Überzeugungen zu kämpfen. Ah, so. Sie sind in Führung gegangen. Man kann alles hacken. Und jede. Weißt du nicht, Helmi? Initiantil von Eos. Wie? 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 Der Gegner braucht noch 60 Sekunden. Bei mir wird nicht gestorben. Match abgeschlossen. Vierter Platz. Highlight des Spiels. Wahnsinn! Wahnsinn! Bist du jetzt nicht? I-I! In dorado. J-I! Ankunft in dorado. Das war's. Das war's. Das war's.